Dieser Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Der weißfarbene SUV ist 5 Türe, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung und vieles mehr. Der Allraddiesel hat eine satte Leistung von 200 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis 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 Bester Preis